Jetzt machen wir noch am Ende eine Freestyle-Runde. Wir kombinieren alles, was wir bis jetzt mit Klatschen gemacht haben. Da könnt ihr euch frei aussuchen, was ihr machen wollt. Wir machen 10 Kombinationen. Ich mache einfach 10 Stück vor, ihr könnt aber auch was anderes machen. Seid kreativ, macht das, worauf ihr Bock habt. Immer weiter ausprobieren, das ist immer schwieriger für euch. Ihr seht, das wird auch für mich dann ganz schön schwierig, aber ihr müsst immer weiter probieren. Wenn das noch nicht so geklappt, probiert ihr nochmal die letzten Videos. Dann müsst ihr immer weitermachen. Okay, das waren meine 10 Stück. Ihr könnt aber auch immer weitermachen. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.